dass 1,2 Tanks auf uns zu kamen wir waren da unten in der Map da unten rechts in der Ecke ich kann grad nicht hinzeigen weil die Maus hier mit interagiert standen wir und dann kamen halt 1,2 Panzer an und haben alle näher geschossen das war so deftig hey so WTF wie geht das und keine Ahnung das hab ich abgefuckt also erstaunlicherweise sind hier gar keine Gegner aber doch da war jetzt mal einer der direkt einfach noch zerstört Spannung steigt ich bin hochkonzentriert am Fahren aber diese Bergaufdinger sind immer ätzend wenn der Panzer langsamer wird eigentlich kann dieser Panzer bis zu 40 Stundenkilometer fahren 50 sogar seh ich gerade je nach äh Geländelage ich denke ich hau mich hier einfach mal so musch und stopp so dann haben wir WTF haben wir da einen Tank bewegungsunfähig wirkungstreffer toll das muss weh tun ha ha sie haben uns los das war eine schnelle Runde und ha ha Fraps ist bisher nicht irgendwie abgeschmiert ja machen wir machen wir weil es irgendwie so kurz war neues Dinge neues mit direkt hinterher ähm hm 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 den T2 T2 Medium Tank boah voll der Zungbrecher wenn man das so auf englisch aussprechen möchte oder amerikan also die sind eigentlich ganz coole die selbstfahrer fetten äh eine Elite den T1E6 der klingt ja eigentlich ganz nice hab ich den schon nun geforscht na also viel geht ja gar nicht zu forschen Der hat ne scheiß Durchhaltskraft. Nehmen wir nicht, verkaufe ich irgendwann mal. Gut, dass ich den da gesehen hab. Ja, nehmen wir den eben wieder. Das war ja viel erfolgreicher. Und wir werden auch viel schneller in so ein Game eingeladen. Boah, von aber einigen mit dem Medium One von den Engländern. Achso, ja, apropos. Nicht nur Engländer sind neu hinzugekommen, sondern auch die Japsen, die Japaner. Also einer meinte auch schon zu mir, ähm, dass irgendwie japanischen Panzer aussehen wie alle anderen. Nur ein bisschen leicht abgewandelt. Dass dann nicht wirklich irgendwie großartige, großartige Unterschiede so vom Design wären. Na gut, kann ich nicht so ganz beurteilen. Denn ich hab ja noch keinen japanischen Panzer. Ja, wo fahren wir denn jetzt hier lang? Ich würde auch sagen links um die Ecke. Oder ich fahr hier, also da rein. Nicht eigentlich, ich fahr da vorne rein. In der Regel ist das nämlich viel, viel versprechender. Viel, viel versprechender. Hm, lustige Sätze. Da hat jemand einen deutschen Panzerrechtswerf von... Es gab da, das da ist ein Deutscher. Also, behaupte ich. Einfach mal jetzt. Das sieht zumindest deutsch aus. Von der Lackierung her. Ja, wir zuckeln hier mit Highspeed durch die engen Straßen von... Was ist das denn so für ein Kaff... Von... Ich hätte alle möglichen Infos, aber nicht die Infos, die ich jetzt wissen möchte. Ja, leck mich am Arsch. Versucht ihr mich abzuschießen oder was? Dann soll ich einfach mal fahren. Weil ich weiß ein Deutscher. Ja, fällt wohl nicht auf. Ich bin von irgendeinem Garten jetzt abgeschlossen. So. Drehen, 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 drehen. Und da, da stehen wir. Hä, wie konnte man den getroffen werden? Das blicke ich nicht so ganz. Schieß mir einfach mal da hin. Hahaha. Ja, schade, ne? Bam. Der Panzer ist eigentlich ganz nice. Der macht schön mittel viel Schaden. Also, man hat auf jeden Fall Spaß dabei, mit dem zu spielen. Ja, ich denke, ich verkriege mich ja wieder, meinecke. Aber den sehen wir ja gar nicht da hinten. Soll nur sein. Oh, richtig. Komm von vorne. So, zumindest von vorne, rechts, so um die Ecke. So, zumindest von vorne, rechts, so um die Ecke. Oh, richtig. Oh, richtig. Los, Feuer. Feuer. Ja, toll. War der nebengeschossen. War der nebengeschossen, oder was? Der Panzer sch... Ja. Ah, fuck. Toll, jetzt haben wir noch sieben Minuten. Egal, wir haben auf jeden Fall einen Panzer zerstören können. Wow, unglaublich. Ich bin richtig geflasht. Und dass die Aufnahme immer noch nicht abgebrochen ist, ist cool. Achso, wir haben verloren. Das vorherige Match. Hm, naja. Nehmen wir die im Panzer wieder. In der Hoffnung, dass wir mal wieder einen Sieg davon tragen. Achso, ja, wenn ihr hier Details mal wissen wollt. Wow, unglaublich. Also, wir haben auf jeden Fall gutes Stuff bekommen. Dafür, weil wir jemanden getroffen haben. Und... Ja, weil ich ihn entdeckt habe. Und keine Ahnung. Aber Erfahrung halt nicht so viel. Ja, gehen wir mit dem jetzt hier fest. Oh! Also, diese Züge kommen immer mehr auf, muss ich ehrlich sagen. Gut, das hatte ich jetzt in... Aufnahmen vorhin jetzt nicht so... Also, in den vorherigen beiden Runden... Weiß nicht, so viele Züge... Oh, und das ist übrigens eine neue Map. Denn die kenn ich gar nicht. Eigentlich wäre es ja auch mal ganz geil, wenn man andere Aufträge hätte, ne? So, Auftalken. Nehmen Sie die gegnerische Basis ein oder zerstören Sie alle gegnerische Fahrzeuge. Ähm, langweilig. Wie wär's mit... Capture the Flag? Ich hab gesehen, dass es so ein Open-Source-Game gibt. Was dies, ähm, integriert hat. Das wär doch was. Oder, dass man von mir aus irgendwie mit so einem Mini-Panzer anfängt. Und, äh, pro Kill eines gegnerischen Panzers bekommt man einen besseren Panzer. Und... Keine Ahnung. Das wär eigentlich auch mal ne nette Idee. Also, praktisch dieses, äh, Battlefield-3-Klischee, wo man sich, äh, hochleveln muss mit seiner Pistole zu einem, keine Ahnung, Maschinengewehr bis hin, wieder zu einer Pistole zurück. Damit es ein bisschen fair bleibt. Wäre ja mal voll die Hammer-Idee. Und ich fahr grade hier in Richtung, äh, Ausgangs-Schachtfeld. Warum sagt mir das keiner? Oh, wir fahren einfach jetzt durch. Boom. Wir werden nicht merklich langsamer. Wie geil das Haus hat uns weggeschoben. Ach ne, warte. Irgendwie kommt mir die... Juhu, ich geb mal Stoff hier. We nuevo! W рай. Wải. W morен. Ne, 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 ne. Oh, da fällt Undertale! Das muss weht! Fahrzeug zerstört! So, weil, weil, weil... Ah! Den Kamera-Effekt, wie er soll. Ja, gucken wir einfach mal ein bisschen bei den anderen. Also, der hat noch ganz gut Leben und wir sind... Joa, leicht am Führen. Ja, war irgendwas spektakuläres. Ne, wird's hier nicht. Ist hier irgendwas? Uh, ja, guck mal, der wird hier gerade angriffen. Der ist aber dauernd dahinten. Und das ist übrigens so ne Selbstfahrlafette. Also praktisch so ne Artillerie auf Panzerunterbau. Und die kann dann praktisch über das ganze Schlachtfeld, wenn... wenn man jetzt hier, also mit, äh, Blutschalt-Taste... Wenn man die zu oft drückt, verlässt man übrigens auch das Game. Zumindest ist sie noch so bei mir eingestellt. Also, das sind so Fehlermeldungen, so... Oh mein Gott, sie hat viel so auf die... Scheiße, Schnelltaste gedrückt. Oh, hier hat man über so'n Ding mal erschießen sehen und... irgendwie hat direkt einen Schaden. Äh, der ist hier übrigens auch gut getarnt. Einen fetten Lob von mir. Der... Le... Part 07. Ja, ich kann lesen eigentlich. Aber... Es hat nicht ganz so funktioniert. Ja, wir haben jetzt nur zwei Leute verloren. Und die haben... generell nur noch fünf. Das müssen wir jetzt ja locker schaffen. Kann ich mal sagen, hier von wegen Angriff. Äh, Moment, wie waren denn die Befehle? Einstellungen... Spiel... Lautstärke... Steuerung... Ähm... Vorwärts... Markierungen... Visier... Ne, Visier ist ja langweilig... Hä? Gab's ja nicht... Es gab doch manchmal nicht F1. Ha! Bin ich gut. Also... Was haben wir denn da? Also... Fahrzeug... Also... Ähm... Interessant... Also die Fahrzeugmarkierungen... Die haben sogar sieben... Sehe ich gerade. Jagdpanzer... Leichterpanzer... Mittlererpanzer... Schwereerpanzer... 500 Gegner... Teamkiller... Teamkiller... Zugkamerad... Also Teamkiller hab ich noch gar nicht gesehen so bisher. Auf der Map. Die hab ich wirklich noch nicht so gesehen. Aber... Interessant, dass es sowas gibt. Ja, was haben wir denn hier an... Fahrzeugsymbol... Achso, das ist das... Ah, es gab doch irgendein Chat hier, ne? Chat-Eingang öffnen... An alle Nachrichten... Team senden... Team müssen anzeigen... Ok, ich bin jetzt gerade ein bisschen zu hoch. Und hier der... Mafo 66 dreht seine Runden... Und einer reist hier eins wieder... Und der fährt da rein... Und keine Ahnung... Achso, der... Wow... Das sind 5,4,6 Kilometer... Ist ja krass schnell unterwegs... Der M5A1 Steward ist das... Das ist aber ein... Zurück in die Garage... Nein... Das ist ein... Leichtabfahrzeuge gewesen, meine ich... Ja, boah... Geil... Dafür, dass wir irgendwie... Nicht wirklich... Es geschafft haben... Haben wir ganz gut... Cache und Erfahrung bekommen... Da können wir ein bisschen gucken... Bei Team... Team-Auswertung... Wie ist hier so ein Windows-File... Weil da so viele Meldungen ist... Hab ich vorhin kurz darauf gekommen... Oh, wie geil... Waffenbrüder... Krieger... Aufklärer... Da kriegt er richtig viel Auszeichnung... Ey, was... Was... Was für... Was für... Tut mir leid... Das soll jetzt nicht beleidigend sein... Aber... Hallo... Och... Deftig... Ich kann doch mal fast 1000 Erfahrung... Ja, gut... Die, äh... 15 Minuten sind auch dann vorbei... Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge... Ich hoffe, ich werde es schaffen... Dass... Der Skiran und ich... Zeit haben... Dass wir dann auch wieder gemeinsam... Dass wir hier machen können... Die technischen Probleme sind soweit behoben... Es funktioniert jetzt... Einwandfrei wieder alles... Die Aufnahme von mir sollte... Also zumindest die Soundqualität... Auch in Ordnung sein... Die habe ich vorher noch mal kurz getestet... In der Testaufnahme... Äh... Also vor der Testaufnahme... So... Ach egal... Das ist ja zu kompliziert... Um das zu erklären... Ja, und dann sehen wir uns... Wie gehabt... In der nächsten Folge... Wieder... Und wenn es euch gefallen hat... Daumen hoch... Wenn es euch nicht gefallen... Daumen runter... Aber in der Videobeschreibung... Ähm... Schon... Kommentaren verfassen... Wieso, weshalb, warum... Und lasst ein Abo da... Ja... Und... Bis zum nächsten Mal... Ciao...